Ein typischer Kaufprozess wird in die Phasen Vorkaufphase, Kaufphase und Nachkaufphase eingeteilt. Eigene Bedürfnisse und Motive führen im ersten Schritt der Vorkaufphase den Verbraucher zur Planung, ein Produkt zu kaufen. Viele Kunden begeben sich danach auf die Informationssuche über Produkte und Anbieter. Als Informationsquellen dienen Recherchen im Geschäft, in den Medien und im Internet, sowie die Befragung von Freunden und Bekannten. Aufgrund der Bewertung der Alternativen hinsichtlich des Produktes und der Einkaufsstätte wählen die Kunden das Produkt und die Einkaufsstätte aus. Und zwar so, dass ihre Bedürfnisse am besten befriedigt werden. Am Point of Sale, also der Einkaufs- oder Verkaufsstätte, wird sehr häufig die Kaufentscheidung getroffen und das Produkt gekauft. In der Nachkaufphase findet oft eine Bewertung des Kaufvorgangs, der Einkaufsstätte und des Produktes statt. Die Nachkaufphase beinhaltet das gesamte Verhalten der Käufer nach dem Kauf des Produktes. Der Käufer bewertet das Produkt aufgrund seiner Konsumerfahrungen und Erwartungen, ebenso wie die Einkaufsstätte. War der Kauf nicht zufriedenstellend, kann eine Beschwerde erfolgen. Oder die Kunden wechseln beim nächsten Einkauf die Einkaufsstätte und oder das Produkt. War der Kauf zufriedenstellend, kommt es zu einem Wiederholungskauf, der wieder die dargestellten Phasen idealtypischerweise durchläuft.